Ich sehe ihn ja nicht. Hab ihn! Feind erledigt! Treffer! Du kannst weiter vorrücken, Sam. Verstanden, Riggs. Gut gemacht. Rimm, ich bin jetzt unten. Rücke vor. So was finde ich cool. Mirava aus Irak. Na, lassen wir mal ruhig da liegen jetzt. Sam, auf den Wärmebildern der Drohne sind Gegner zu sehen, die sich flussaufwärts in einem Haus treffen. Charlie, brauche Aufklärungsmöglichkeiten. Wir müssen Kobins Käufer finden, bevor man mich entdeckt. Hab einen Trichopter mit einer einfachen Gesichtserkennung ausgerüstet. Ist der besser als der bei dem hier? Um Länge. Ab einer Entfernung von weniger als 50 Metern müsste es funktionieren. Ich kann den Kopf der Reichweite erreichen. Von 50 Metern. Ich bin bei 90. Könnte ich einfach starten? Ja. Eparatorn somit runter, und dann hoch. Dann fliehen wir jetzt einfach mal abkürzungsmäßig. ist denn hier so entlang dass jemand hier sein sollte ist nicht sofort bemerkt ich bin zu weit weg ok cool ich hab dir zurückgeholt und man merkt eindringen das sollte die schweigsüge sein weil ich ja nicht kann so das müssen wir nah genug sein ich hab da starten ok hier vorne ist anscheinend keiner ich sehe aber niemanden der Weg bis dato ist anscheinend ziemlich frei ok ok da ist noch alles ziemlich ruhig ich will es aber jetzt nicht drauf ankommen lassen die gegnerische einheiten entlang deiner route sie dürfen dich nicht sehen danke das ist es ich glaube nicht ich bin ich hab mir keine Ahnung das ist ich habe ich das ist ich habe Ich habe die Frage. Ich habe meine Antwort. Ich habe die Frage. Ich weiß, dass ich ich meine. Die Situation ist gut. Der Kampfer ist gut. Ich habe die Frage. Ich habe die Frage. Ich kann das nicht mehr wissen. Ich kann mich einmal wissen. Ich möchte dich wissen. Wenn ich mich für dich gegen die Stimme beseitze, kann ich dich nicht mehr machen? Ich bin ein gut. So, und wo könnte er hochkommen? Jedenfalls nicht. Wir versuchen das mal ganz souverän hinzulegen. So, ich habe ja immer noch den einen. Das ist ja auch nur den einen. Hier waren ja gerade zwei, ich muss hier mit irgendwie unterhalten haben. So, wir sind hier in Sicherheit. Okay, weiter geht's. Alles cool, alles cool. Nichts passiert. Oh, wir sind so unsichtbar. Und wer zu? Brauch ich mich. Sam, das ist eine gute Position für einen Trikopter-Start. Wenn du das sagst. Da bin ich. Kann nicht eingesetzt werden. So, ich muss mit dem Tore oder was? Es geht los. Okay, Sam. Bring den Trikopter etwas näher ran, damit wir die Stimme sauber hören können. Scheiße, fliegt so viele Leute, Alter. Autsch! Und jetzt? Ich muss jetzt genau auf diesen Punkt fliegen, damit du es macht, ey. Suche nach Treffern. Nicht gut genug? Was soll das heißen, nicht gut genug, du? Oh, Scheiße! Äh, Sam. Angeblich soll die Gesichtserkennung viel zuverlässiger sein. Ja, großes Kino. Sam, die Bilder der Drohne zeigen mehrere Zugangspunkte an der Seite des Gebäudes. Der ist doch ein Arsch. Der ist auch hier. Ich sag dir was. Die Besorte erschien es besser. Damit haben wir es gekämpft. Veräppel mich nicht. Diese Knarre ist alt und schlecht gepflegt. Ich brauche was, worauf ich mich verlassen kann. Der Schütze ist wichtiger als die Waffe. Aber der Schütze mit der guten Waffe hat eine bessere Chance, den Kampf zu gewinnen. Du kämpfst mit den Waffen, die du hast. Und du versuchst zu gewinnen. Gut, dann nimmst du meine Waffe und ich deine. Okay. Ich sehe nicht bloß eine blöde Position von ihm jetzt. Das ist echt viel hier. Ich sehe nicht. Wir können die Position nicht wechseln. Genau, Iman. Wir versuchen das jetzt mal wirklich so hinzukriegen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Ich freue mich, wenn ich die jetzt ausschalte, ob das irgendwelche Konsequenzen hätte jetzt. Der ist jetzt ziemlich abgeschottet. Okay, kommt der hier hoch? Nein, kommt der nicht hoch. Okay, der geht weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war nichts. Oh Gott, wie soll ich jetzt da hinkommen, entdeckt zu werden? Der macht es aber auch mit. Okay, das macht er nicht. Ich kann nur da entlang. Das Problem ist, dass ich da leicht zu erkennen bin. Auf der anderen Seite... Scheiße, kommt der hier hoch? Leute, 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 Leute. Ich hab keine Ahnung. Ich kann ja auch keine Lichter ausmachen. Hm? Ich will am liebsten einfach nur darüber hangeln, wie gut ist. Ich müsste es... Ich kann doch auch darauf Patienten zu machen. Ich muss euch nur den Konsequenzen bewerfen. Ich muss jetzt mal darauf hinternen. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich habe nicht gehört. Ich habe etwas gehört, verteilen und suchen. Das bringt mir nichts, ne. Nein. ja jetzt sind wir schon seit 10 Minuten hier und habe ich noch kein Plan wie ich das machen soll so sind wir schon seit 10 Minuten hier und habe ich noch kein Plan wie ich das machen soll so sind wir uns auf die altmodische Art das war auf sie sind jetzt beide da hier 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 Was soll der Müll, Alter? Das gab es doch selbst nicht. Was soll der Müll? Ich habe den Kopfschuss. Ich habe 10 Minuten lang nichts gemacht. Okay, nochmal. Warum? Das Kupfer ist mal blöd. Ich bin der Müll, Alter. Ich bin der Müll. 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 Oh! Ich bin der Müll. Das bleiben. Ich bin der Müll, Alter. Vielen Dank.